Da sind wir wieder zur nächsten Mod-Map. Diesmal Geonosis Arena, Version 1.1. Ja, ziemlich coole Map, dann lass uns die mal starten. Die Map hat es in sich. Man spielt hier in der Schlacht, in der die Klone versuchen, die restlichen Jedi zu retten und das eigentlich auch mit Brevoa ihren ersten Auftritt liefern. Also, ihre Premiere, würde ich mal sagen, ist definitiv geglückt. Also hier die Arena aus dem Zweier. Aber da oben wären jetzt Count Dooku und die anderen Separatistenführer und würden geduldig, oder besser gesagt ungeduldig, darauf warten, wie die Jedi exekutiert werden. Exekution ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sie werden alle getötet. Das sollen zumindest alle getötet werden. Ganz wird das ja nicht durchgezogen. Autsch! Man sieht es hier schon, das ist ein richtiges Schlachtfeld, also Battlefield. Da kann man jetzt gar nichts sagen. Riesenchaos, die Map hier. Aber wenigstens eines, das sich kommentieren lässt. Wow! Ist einfach eine Fläche mit vielen Verstecken. Könnte sehr gut eine Paintball Arena. Verdammte Scheiße! Oh shit, oh shit! Droide KG da weg! Das war ja auf einmal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mann, der war schon tot. Ich werde mal versuchen, hier außen lang den CP einzunehmen. Oh, ich überlebe das sogar noch. Mutiger Sturmangriff und ich werde nicht mal grob dafür bestraft. Verdammt! Loro, wenn mich der Droide kann nicht kriegt, kriegt mich natürlich der andere. Wie soll's doch anders sein? Geh doch drauf, scheiß Droide. Wow, der war nicht schlecht. Geh doch da weg, du Idiot. Ganz knapp hier hinter der Erhebung. Wow, wow. Los geht's. Ich hoffe mal, er kommt hier nicht auf gute Ideen. Ja, sie kommen auf Dome Ideen. Ich konnte noch die Granate werfen, aber viel gebracht hat das jetzt nicht. Also weiter hier rüber, der CP, der scheint beinahe eingenommen. Yahoo! Hier in der Mitte, diese Säulen, wo Obi-Wan, Kenobi, Pab, Namidala und Anakin Skywalker angeboten werden. Aber hier ist jetzt eine zu viel, weil das sind ja nur drei Säulen. Eigentlich. Wow! Ah ja, ich hasse Droidekas! Na gut, wie dem auch's sei. Weiter geht's. Skibusch. Den hätten wir. Nächster Droideka, nächster Droide, allgemein nächster Gegner. Wird schon die Droide sein. Ach nein. Was, jetzt verlieren wir hier die CPs? Finde ich nicht nett. Finde ich gar nicht nett. Oh, den hier wieder clean zu kriegen, wird verdammt schwierig. Ich brauche hier mal Backup, Jungs. Verdammt, den kann ich doch nicht alleine halten, den verfickten CP. Jungs, ich brauche hier Hilfe. Ah, seht ihr, das kommt davon. Jetzt werden unsere Tickets runtergezählt, weil wir den blöden CP dann in der Mitte verlieren. Oder gewinnen, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir weniger CPs und dann werden wir höchstwahrscheinlich Tickets verlieren. Wenn die, die nicht wissen, was Tickets sind, das sind die Zahlen da oben, wie viel Verstärkung wer noch hat. Ach, komm schon. Ach, verdammt. Ich gebe mir hier echt Mühe, aber anscheinend ist meine Mühe nicht Mühe genug. Mann. Prüfer haben wir sie echt nicht schlecht zurückgedrängt. Ich werde jetzt mal versuchen, über die Deckung da oben weiter vorzustoßen. Das ist hier das Problem bei dieser Map. Man kann sich so schlecht schützen vor gegnerischen Angriffen. Trotzdem, egal wo man sich schützt, man ist immer ein Opfer von Snipern und was auch immer für Gesindel. Von allen Seiten kommen sie. Ohne dieses Wrack. Wow. Ruiden auf 12 Uhr. Hier rüber. Diesmal frontal, damit ich weniger Gegner an das Flanke habe. Wow. Scheiße, Mann. Nein. Nein, Mann. Echt jetzt. Ich kann diese Ruine nicht einmal aufhören, auf jeden zu schießen, die ihre CPs einnehmen will. Gut, das ist ihre Aufgabe, aber trotzdem. Weiter geht's. Und ich krieg den CP schon noch. Unglaublich. Ich hab noch nie gesehen, dass 300 Tickets so schnell verschwunden sind. Die sind ja wirklich beinahe fast verschwunden in dem Sinne. In, keine Ahnung, wie kurz die CP bis jetzt war, aber Tickets gehen hier dann doch ziemlich schnell down. So, und sterben. Und der CP hier gehört bald uns, dann sind wir wieder im Vorteil. Der mittlere CP ist auch gleich uns. Wo stehen denn da noch Gegner? Ah, da drüben. Ich sitze jetzt alles drauf. Das ist wie das Oidekasett. Einer. Bis zur Seite. Ich nehme mal an, hinter dem Hügel dort. Ah, der ist weg. Ja, gewonnen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.